Hi, mein Name ist Julia Hart, ich bin Verkaufsberaterin im Porsche-Zentrum Mannheim und ich nehme euch heute mit. Angekommen im Porsche-Zentrum Mannheim beginne ich meinen Tag, indem ich meine E-Mails checke und die Termine vorbereite. Gleich kommt Herr Müller, der sich für 9-11 Tage interessiert. Beginnen wir mit dem ersten Kundentermin. Herr Müller ist interessant bei uns im Porsche-Zentrum Mannheim und möchte sich einen Porsche 911 4-Tager heute genauer anschauen. Ich begrüße ihn und biete ihm ein Getränk an. Anschließend besprechen wir die Anforderungen und Wünsche an sein neues Traumfahrzeug. Um Herrn Müller in seiner Farbwahl zu unterstützen, zeige ich ihm die verschiedenen Farbkombinationen in der Fitting-Lounge. Die Probefahrt im Anschluss ermöglicht Herr Müller, mit dem Fahrzeug vertraut zu werden. Ich gehe gemeinsam mit dem Kunden zum Fahrzeug und gebe ihm eine kurze Einweisung. Herr Müller ist begeistert und möchte den Porsche 911 4-Tager nun bestellen. Damit das Fahrzeug all seinen Wünschen entspricht, gehen wir gemeinsam nochmal seine Konfiguration durch. Ich erkläre ihm die besonderen Bausteine unseres Porsche Leasing S und wir erstellen gemeinsam die Verträge. Im Anschluss daran übergebe ich den Auftrag in die Disposition, wo die weitere Abwicklung erfolgt. Die Disponentin wählt meine Konfiguration aus und bestellt das Fahrzeug. Anschließend erstellt sie eine Akte aus allen Unterlagen. Einige Zeit später ist das Fahrzeug eingetroffen. Während die Disponentin sich um die Zulassung kümmert, führt ein Mechaniker den Neuwagen-Chat durch. Er überprüft alle Funktionen des Fahrzeugs und nimmt letzte Arbeiten am Fahrzeug vor. Nun ist der Neuwagen bereit für die Übergabe an den Kunden. Heute ist es endlich soweit. Herr Müller erhält von uns sein Traumfahrzeug. Ich empfange ihn und begleite ihn zur Auslieferungsbox. Dort angekommen, enthülle ich seinen Neuwagen. Unser Technologie-Experte hat im Vorhinein bereits das Fahrzeug eingerichtet und erklärt dem Kunden seinen neuen Porsche. Nach der Fahrzeugübergabe verabschiede ich mich und wünsche Herrn Müller eine gute Fahrt. Ich freue mich auf Sie, auf Ihrem Weg zu Ihrem Traumfahrzeug zu begleiten und Sie persönlich im Porsche-Zentrum Mannheim begrüßen zu dürfen.